Jaa... Die werden uns in Aschau greißen, ja. Ach nee... Ich muss mich ja aussteigen. Offenes Feld gehen wir lieber einmal. Ich höre doch Jets. Ah gut. Jut, ich renne. Ja, es steht doch auf Blackburn. Mensch. Bleibt der denn einfach stehen... äh liegen? Jo, komm. Das sieht hier ja schon recht geil aus, ne? Ich höre die Schüsse, aber wir sind sicher. So, hier fällt mir das. Und Gebäude. Beziehungsweise Brückenunterführung. Bunker unter einer Brücke, was weiß ich. Sehr sicher ist ein Brückenunterbrücke. Das wird doch auch mal so eine Idee, ne? Brückenunterbrücke und dann... Ich muss auftreten. 100 pro. So. Sobald wir draußen sind, will ich, dass ihr sie mit Flankenfeuer anfangelt. Verstanden? Verstanden? Verstanden. Okay, wir müssen nicht auftreten. Hilfe! Hilfe! Wir sind da draußen! Wo ist denn das Flankenfeuer? Hier. Bäm. Beide tot. Oh, da hinten noch mehr. Hm. Hier ist es sehr sicher hinter einem Auto. Denn... Es ist ja logisch, dass Autos nicht explodieren können. Das schlafen wir auch. Die anderen sind natürlich so... Alle so... Überaus schnell wie wir hier. So. Das ist schon explodiert. Da kann nichts mehr mit passieren. Das ist schon explodiert. Ja klar, dass er noch lebt. Alles muss wir machen. In der U-Army gibt es doch nur Blackburn als Goku. Ich hab ja immer wieder so Hänger. Jo. Unke gesichert. Auf geht's nach. Da vorne. Hui. Hier gab es wohl wieder mal ein Erdbeben. Halt's Maul! Oh, äh... So wie er da ist. Lass mich in Ruhe liegen. Ich will schlafen. Lass uns. Das ist, was ich bitte etwas Angst. Es ist, was ich nicht mehr so ait? Meist du siehst? Für dich. Schlafen wir die Welt. Ja, ich bin gerät. Ich bin gerät. Sie sind ganz gut! Ich bin gerät. Ich bin gerät. Ich bin gerät. Zähne nicht mehr. Ich hab'n Baum gefehlt. Alter! Er ist unzerstörbar. Er nicht. Er nicht. Ah, Granate! Jo, grad bin ich doch eigentlich ganz gut. Komm! Los Montes! Montes? Ich kenn' wir doch. Wir haben dich doch schon hier, äh... Dings, wie heißt es? Fuck! Hier sind wir doch sicher. Kommen die auch noch? Wow! Also ein Action mangelt's hier nicht, ne? Alle okay! Mit okay! Als bestens! Und bei dir! Auch alles okay! Okay! Verflucht! Das war 93 und ich lebe da! Puh! Mir geht's besser als okay! Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! Wir können! Blackburn! Bist du okay? Ich muss in Ordnung! Irgendwo muss es hier rausgehen! Ja, gut, mit der Leuchtrakete hier, ne? Los! Die Taschnampe? Nee! Ah, das ist Montes! Montes kennen wir ja schon von links hier, von der ersten Mission, wo wir da in dunklen waren! Das Ding wird sie in Stücke reißen, Mann! Luftunterstützung steht zur Verfügung! Wenn sie rechtzeitig hier sind! Kommt her! Ich glaube, das ist die Band! Ich nehm schon! Scheiße! Wo ist der hin? Oh! Ja! Schöne T90! Hihi, der hat meinen Namen gesagt! Bewegt euch! Weitere Panzer im Arsch! 1090 vor der Bank! Schalt ihn aus! Okay, da kommen sie! Immer sich uns! Oh nein! Mama! Ist es Montes? Oh nein, Montes! Ah, ist doch nicht Montes! Nein! Das ging jetzt recht schnell! 14 Uhr! Ist es hier in Deutschland! In Aachen! Am 17. September! Äh... Schön! Ich glaube, das ist die Bank! Nicht durchstrahlen, auf dich aufmerksam machen! Hier, ne? Ich weiß, die Leute sind wieder da! Wir müssen was tun! Wo ist der hin? Ah, meinetwegen... Ne, das hilft auch nicht! Scheiße! Oh, nein, nein, nein! Was ist los? Hilfe! Hilfe! Äh... Moment! Eigentlich wollte ich jetzt erstmal wieder auf Ultra stellen... Ist ja nicht viel Unterschied, aber es gibt einen schon und... So, jetzt sterben wir oben nicht! Hab' ich geschlossen! Du warst das! Ach ja, hier, Kampo! Mit deinen schönen Strahlen! Scheiße! Das Javelin-Team ist getroffen! Ich hab' das Javelin! Fack' mit das scheiß Ding ab! Wo ist das das? Äh, leeeeg! Moment! Das kann ja nicht sein! Ja, nur speichern! Ich will's mit oben hoch, möchte ich ziehen! Aua! Ah, Panzer! Wo ist denn das? Das ist ja всё! Ja! Nein, 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 nein! Moment. Äh... Noch egal. Eine wird nicht reichen. Sagen wir doch, dass eine nicht reichen wird. Das machst du gut, Blackbird. Aua! Oh. Mann, das ist doch nicht nett. Zwei Panzer haben wir von Angesicht zu Angesicht überlebt. Und der dritte war dann zu viel für uns anscheinend. Aha, bestimmte Sturmgewehre verfügen über einen Kanadwerpermodus. Und Campo hat immer noch... sieht immer noch so gut aus. Jo. Kacke! Los, los, los! Okay. Jetzt gleich hier oben drauf stehen. Hey, wo sind die hin? Das machst du gut, Blackbird. Die sind auch noch auf. Verstanden! Okay, feindliche Person in den Fenster an den Eintritt. Oh. Panzer, wir sind verletzt! Was für'n Panzer! Woraus! Was das jetzt nicht wahr, dann weiß ich auch nicht. Jo, sieht gut aus. Dieses Hauptquartier der Bank. Sehr schön. Sieht sich also ein brennendes, instabiles Feindgebäude. Ja, toll. Jetzt stelle ich die Einstellung noch runter und es gibt trotzdem Legs. Beziehungsweise sind wir keine Legs mehr, ich bin Aussetzer. Nein! Mann, 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 Mann auch das war ja die so nicht der nominelle Anführer der PLR. PLR. Und nochmal Javelin. Ihr bist getroffen! Sichert das Javelin! Halt das scheiß Ding ab! Kacke! Los, los, los! Panzer zerstört! Panzer ist zerstört! Das muss ich nicht mehr verletzen. Oh. Das war aber schön. Angriff! Panzer, lehert sich von rechts! Panzer, hoch raus! Uter Schuss! Gebäude ist noch nicht gesichert worden. Beide, Beide! Beide! Beide, Beide! Beide, Beide! Beide, Beide, Beide! Sehr schön! Jetzt besichtigen Sie mal so ein brennendes instabiles Bankgebäude. EY! Treff! Ach! End! Licht! Mal! Diesen! Lichten! Wozu?